hallo und willkommen zurück zu crafty world jo und wir dann da... was ist da? wieso steht es da? so, wegen dem viecherzeug da verstehe ne 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 das wird ja gar nicht lass die leitern da stehen ich verdruck mir da immer mit der maus so wir haben da dann aufgeschüttet jede menge jede menge und ich hab schon wieder mein timer vergessen zum stillen das ist ja eine tolle wuss das hab ich ja gescheit gemacht und zwar... und zwar wollten wir da noch weiter ausschütten wollte ich eigentlich nicht mehr ne ne aber wir können da wieder essen einsammeln und holz holz ist gut holz brauchen wir immer so, gut, der macht da noch essen das ist wunderbar, das brauchen wir ja schauen wir mal forschen so, da sind wir fertig da sind wir fertig da sind wir jetzt da und so, wir brauchen da noch Ledersessel und Blumentopf mit dem Blumentopf mit dem Blumentopf damit wir da Lederrüstung wir werden da schauen, dass wir mit dem Blumentopf eine bessere Rüstung kriegen für unsere Burschen für unsere Zwerge meine ich natürlich Blumentopf, was brauchen wir da? das haben wir wohl das wunderbar, einmal ein Platt Erde Erde ist auch kein Problem ja, die haben wir also wenn wir so viel Erde hätten so viel andere Sachen hätten wie Erde dann braucht man sonst nämlich nichts mehr so ja, juhu Dächbaum schauen wir uns das gleich an und zwar haben wir haben wir das jetzt Lederrüstung können wir jetzt machen ja, ok dann brauchen wir eine schwarze Säule wir brauchen eine Werkstatt haben wir schauen wir mal Werkstatt alle Aufgabe neue Technologie bla 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 sammel Sand was? ok, das sollte man schaffen also die Aufträge, die machen wir eh die machen wir sowieso also das ist eigentlich nicht ähm, was sollt ihr jetzt schauen? ja genau ähm die haben wir schon ok na gut dann wäre das ein Lager bitte Lager, Lager, Lager und machen wir und dann wir und werden wir äh pssm ähm schauen dass wir eine Rüstung kriegen für unsere Freunde und zwar da Stahl-Axt da brauchen wir Stahl ok, wir kriegen wir Stahl Stahl kriegen wir aus Eisen, Kohle Kohle ok, das schaffen wir ähm Eisen Kohle Kohle hey Eisen so, und dann werden wir mal zwei, vier, sechs ja, ich hab keine Ahnung machen wir mal sagen wir mal puff ich würde sagen wir machen 20 Eisen einmal so so machen wir das so, dann haben wir dann auch was zum Essen und ein Holz oh, da ist ein Vogel dann kommt der Vogel da her den hab ich überhaupt noch nie gesehen na, ist der cool? haha ich find den schon wieder lieb gut, äh, wie schauen wir da jetzt den Bergweg aus? wir brauchen ihn auf alle Fülle Eisen brauchen wir mal ganz sicher nach wie vor also da hat sich nichts geändert weil ich hab's ja gesehen, Leute wir können jetzt Eisenbahnen herstellen ach, da meine Güte schaut euch das an da ist schon wieder so ein Viecherzeug das Klupper da aha da werden wir kämpfen müssen, glaube ich aber bevor das der Fall ist, auch werden wir da noch das Eiseneis sammeln weil das Eisen brauchen wir unbedingt wir werden aber diesmal werde ich das so machen wir werden da ein Portal einmal herstellen und werden einmal die Viecherzeug da hoffentlich kaputt machen oder sie uns so, weil das Viecherzeug geht mir da auf die Nerven hinter dir ah, genau ja so schaut's aus ok, das war jetzt vielleicht umsonst das Portal aber ich mein, wir haben sowieso 103 Mahner, nicht? also wir können sich das ruhig leisten ich hoffe nur, dass da noch ein paar Zwerge durfte gute Idee zu kommen und durchs Portal gehen und sagen Hallo, da bin ich aber die kann doch eher mal holt zusammen äh, was machst du? ach so, ich weiß schon was da los ist so, wir müssen da natürlich, äh, einen Übergang machen sonst da musst du ja schauen he he dann musst du jedes Mal da aufbegründen hier vorne so, bitte Übergang einmal wenn wir das noch schön machen so, ja so, ja so, ja und jetzt bitte da als zweite Hisch setzen aha 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 Movi ist nicht schon wieder aufgerufen ach so, das ist schon wieder das komische Viecherzeug da ach, mein Gott äh äh ich wollte dich kratzen, ob das irgendwann einmal kaputt aus geht so, Zwerge wille Zwerge ja du geh einmal schlafen bitte aber sonst sonst haben wir da ein Problem sonst haben wir da ein Problem so, ok, dann werden wir die Sorgler mitnehmen na warte einmal, warte einmal, warte einmal, warte einmal Na ja, wir könnten ja Gerüst aufstellen, das ist wurscht, wir werden da Gerüst aufstellen, natürlich einmal da ein Licht machen, Licht ist gut, Licht ist gut, da haben wir jede Menge Gold, Gold werden wir auch mitnehmen, ja, das ist eigentlich auch recht, aber eigentlich wollte ich da schauen, da haben wir nämlich auch noch jede Menge, das sind ja schon wieder so viel, also irgendwie müssen wir das Klumpet da los, ja. Irgendwie müssen wir das los rein, schauen wir mal, wie wir da oben wegrauen, wo wir das los rein können, das nervt ein bisschen, so, dann können wir nämlich das da oben auch, das ist Kohle, kentert man die Kohle nämlich auch von da oben holen, so machen wir das, ist natürlich jetzt, da hat sich ein Schaf verirrt, da hat sich ein Schaf verirrt, ja, da brauchst nicht schreien, ups, wird sich gleich ledigter, hallo, hallo, jetzt da, naja, die Wolle brauchen wir sowieso, aber ich möchte jetzt gerne eine bessere Rüstung für unsere Freunde herstellen, und zwar machen wir, dann werden wir wissen, genau, Leder, Leder haben wir 13, so, da brauchen wir zwei Stück Eisenherz, ja, wir brauchen für alles Eisenherz, das ist eine Katastrophe, ich hab, wir haben 10 Zwerge und können, ok, äh, 12 herstellen, schwierig, äh, ich hätte aber gesagt, die Rüstung, Lederschuhe, hey cool, brauchen wir zwei Leder und ein Seil, aber was brauche ich für die Rüstung, zwei Leder, ein Seil, ok, mir war die Rüstung fast lieber, aber leider können wir da nicht so viel herstellen, ne, sechs Stück, ne, ok, machen wir mal das, ah, uns geht das Leder raus, eine tolle Wurst, ok, sechs Stück haben wir, äh, was brauche ich für das Leder, äh, was brauche ich für das Leder, hm, sag einmal, was ist denn da jetzt der Name, hm, das Leder brauche ich gar nix, wie komme ich zu Leder, Leder, das haut erlegte Tier kann zur Herstellung von Möbeln und Rüstung verwendet werden, das haut erlegte Tier, weiss, ist aber nicht sehr deutsch, oder, ne, ist egal, ok, wurscht, gut, wir brauchen wieder Tiere, die was wir kaputt machen, schauen wir mal, wo da noch einiges haben wir tun, fleucht und kriecht, da haben wir noch was, da haben wir jede Menge, da haben wir Gikorigi und, äh, ne, gut, portal, zack, das setzen wir da, so, die machen wir jetzt da alle kaputt und das Schaf auch, egal wo das hier rinnt, haben wir jetzt wurscht, die müssen die kaputt machen, ne, ne, Butter, und und dann noch einmal eine auf die Mütze, oh, es wird finster, eine tolle Wurst, ne, ne, Plotale, zack, na so, was ist das mit den Vogeln, was hat das mit den Vogeln da auf sich, da schaut irgendwie böse dran, so, wo ist jetzt da das Schwein, der Merda, ich brauche das Leder, äh, echt jetzt, ist das der Ernst, du magst da jetzt das Schwein, ne, oder, oh ja, schaut, okay, also das ist, finde ich jetzt da, ne, ne, das finde ich jetzt gar nicht toll, oh, da ist noch ein Schwein, da ist Schaf «ВОσω 10 Person», das ist ja so, da kann man in der Sule direkt, oder, hätte ich gesagt, da kommen ja schon die Monster, okay, da könnte man keine raufähmen, mach ihn kaputt! So, nimmst du das mit da und lass es bitte. Kann man sich jetzt selber noch total aufmachen. Oh, da kann man auch die Frage zeigen. Nee, oder? Jetzt können wir kämpfen. Jetzt müssen wir kämpfen. Das habe ich nicht gut gemacht. Na gut, egal. Wir sind hoffentlich gerüstet. Wir sind hoffentlich gerüstet. Ja, das sind wir. Gott sei Dank. Haben wir geschafft. So, nehmt ihr bitte alles mit. Müssen wir nicht zu schreien. Ah, das haben wir da schon verboten. Sehr gut. Was hast du für ein Problem? Nee, oder? Okay, erledigt. Gestern geht es dir da nicht zu, oder? Nee, nicht? Nein, das ist Fleisch. Das habe ich gar schon gemacht. Ja, so habe ich da ein Portal aufgemacht. Dass der dann zu Fuß rennt. Gut. Dann haben wir das auch besprochen. Dann hätten wir jetzt wieder hoffentlich Leder. Ob man da schon ist. Nein, da liegt noch Leder. Hm. So, aber dann haben wir das einmal. Gut. Dann ist das einmal besprochen. Hi. So, der macht auch kaputt, der Geist. Ah, was geht mit denen? Hallo? Bitte lasst doch meine Tür in Ruhe. Jetzt bin ich ein Vogel. So, Holz. Und wir brauchen Leitern. Leitern. So, zweimal Holz. Das heißt, schon langsam sollte man das schon merken, was die Leitern sind. So, dann werden wir wieder 20 Leitern bauen. Die brauchen wir auf alle Fälle. So. Ja, erledigt. Wunderbar. Und wir schauen jetzt aus mit dem Eisen. Eisen sollte man... Also Eisenbahn eigentlich. Solltet man schon genug haben, oder? 20 Stück. Na bitte. Was sagt's dann? Gut. Dann hätte ich gesagt, wir machen eine Stahlaxt. Stahlaxt. Ja. Und die machen wir jetzt da. Da brauchen wir einen Stahl und drei Holz. Zwei und drei. Und dann brauchen wir das Ganze zehnmal, bitte. So. Das muss natürlich hergestellt werden. Und dann brauchen wir natürlich das... Ja, das haben wir jetzt gedacht. Hm. Wir müssen noch Stahl herstellen. Das hilft nix. Eisen. Eisen. Und zwar einmal die Kohle. Oh, uns geht die Kohle aus. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen unbedingt Kohle. Wir haben die Nummer drei. Wir müssen schauen in der Dundelsystem, was wir da haben. Wo ist Kohle? Okay. Kohle. Kohle haben wir da. Kohle haben wir da. Haben wir da irgendwo Kohle? Ach, da meine gute Schätze. Die Schlingpflanzen da. Da ist jede Menge. Da ist aber auch Kohle. Das ist dann irgendwo. Das Eisen. Da ist Kohle. Okay. Okay. Das ist jetzt dann natürlich... Nein. Kohle. Wir brauchen Kohle. Da hinten ist Kohle. Okay. Dann brauchen wir da noch. Oh, da ist eine Spinne. Warte. Warte, wir werden einmal angreifen gehen. Nee, was wachsen muss ist... Jetzt lass dir das fallen. Ach, du bist doch ein Dummerchen. Du bist ein Dummerchen. Naja, was soll's. Na gut. Der bastelt sich da unten. Weil da ist Kohle. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen jede Menge Kohle. Okay, Freunde. Aber das war's schon wieder von Crafty World. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Oder schreibt mir einen Kommentar. Und der Manikus sagt wie immer. Ciao, ciao.